Jo, Abend Leute, grüßt euch, Moneymaker hier. Ja, auf jeden Fall erstmal riesengroßes Dankeschön an alle, die sich bisher hieran beteiligt haben und da mitgemacht haben. Wie gesagt, Leute, jeder Cent kommt an. Ich hab jetzt schon wieder so viele Nachrichten bekommen, ey Money, ich hab meinen halben Lohn verzockt, meinen Lohn verzockt oder 300 verzockt, dies verzockt. Guck mal, was soll ich da noch zu sagen, ne? Ich hatte gesagt, ey Leute, weißt du, ein Euro tut keinem Schwein weh so, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Und viele haben sich hieran beteiligt, ich werd die Namen jetzt mal nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob da welche bei sind, die sagen, ey, ich möchte das nicht oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, ich hatte hier einfach nur so eine Beispielsumme eingegeben, weil ich musste ja eine Summe eingeben, 2000 Euro. Kommen da jetzt nur 300, 500, 400 bei rum, ist ja scheißegal. Es ging nicht einfach nur um eine Summe, weil ich jetzt auch nicht wusste, Beispiel, wenn ich jetzt nur 300 eingebe, dass die dann vielleicht Stopp machen und sagen, sie haben ihre Summe erreicht, mehr gibt es nicht oder sonst irgendwas. Deswegen hab ich einfach diese Beispielsumme genommen. Und ja, wie man sehen kann, 298 sind bisher dabei rumgekommen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen, der da bisher bei war und was dazu getan hat. Das ist auf jeden Fall eine Bombenaktion, Dankeschön an alle. Und ja, wer da noch Bock drauf hat, ich werd den Link unten in die Kommentare ballern. Und selbst wenn jemand nur einen Euro dazu tut oder so. Also wie gesagt, ich hab das letztes Mal schon gesagt, einen Euro tut jemandem nicht weh. Ihr verzockt hunderte und tausende von Euros an Spielautomaten. Hier kann man einen Euro beitun oder sonst irgendwas und hat eine gute Tat getan. So, aber ja gut, jeder muss das selber für sich entscheiden. Ihr macht das nicht für mich, ihr würdet das für kleine Kinder machen. Und von daher ist gut, ich tue da sowieso meinen Teil bei. Deswegen, mir ist das egal. Also, wer sich selber auf die Schulter klopfen möchte und sagen, ich hab was Gutes getan, wer kann hier bei der Aktion mitmachen, wer nicht, ist mir egal. Ganz ehrlich, in diesem Sinne Leute, jetzt kommt ein Video für Spaßmann, haut rein. So Leute, wir sind hier Magic Stone. Hinter mir ist schon eine Kiste am Laufen, Magic Mirror, 80 Cent. Noch 150 drauf. Gucken, was da passiert. Komm, wir machen mal einen schmutzigen Stein hier raus. E joking, was da passiert. Schusss ernst wird, das ist auch Video. Julian, was fragt, das Limitkons Geld runter. Wer war in der Graschung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich denke auch schon mal öfter. Ich glaube, ich gehe mal kurz rüber in die Magic-Girl-Kiste. Anderes Spiel nehmen. Lustig, gerade rüber gegangen. Ich will gerade wechseln. Ja komm Junge, schieß mal einen jetzt. Mädels oder Pferd? Schmutzige Buche. Na ja, gucken wir mal, ob der Kackeimer was bezahlt wird hier. Guter Start. Noch ein paar saftige Verlängerungen, dann sind wir da im Game. Nein. Nein. Ja gut, können wir schon zufrieden sein. 48 Euro. Ja komm, lass mich noch ein bisschen laufen. Ja, scheiß drauf. Gehen wir mal wieder rüber zu dem Magic-Stone da. Der macht ja ja nichts. Hätte schon auch direkt hier bleiben können. Ist direkt wieder reingegangen. Jetzt machen wir einen Feteru Gauna. Kann man was mit basteln. Komm, schäpper mal einen rein. Ja, wie kann man ein wenig sein, Mann. Auf jeden Fall zwei Vierer oder so. Ein bisschen Spielgeld machen hier. Dieser scheiß Magic Sounder, der macht überhaupt nichts. Was ist los mit dem? Nicht einen Stein. Gleiche Summe wie gerade, kann das sein? Ich meine aber auch 50,80 Euro. Komm jetzt gehen wir aber rüber. Das ist der Mose-Torte. Das ist der Mose-Torte. Mal ein paar Stopper hermachen. Ich dachte, es ist vielleicht Dingern zu werden. Muss man das so machen, ist doch logisch. Das ist der Mose-Torte. 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 Kommandos spiel ich jetzt. Jetzt noch mal. Zocken wir denn, zocken wir denn. Es ist nur wenig Leben drin, dass man mal zwei Skitter sieht. Hinten vier Pferde, eins geht da drüber, sonst wird er auch voll. Schweinehund. Komm Junge, mach mal einen fit jetzt hier. Zum Kotzen. 200 Euro magische Grenze hier. Ja, wahrscheinlich ist noch ein Leben drin. Beste. Schön hier rasieren noch. Und fünf Stück schmeißen. Schade, drunter weg. Komm, gönn wenigstens ein Dreier. Oben drüber der Arsch. Komm. Nein. Das war scheiße. Das Vollbild ja mehr, wo der mit reingegangen ist, als was der in den Spielen gegeben hat. Ekelhaft. Jetzt kommt Pferde oder Amulett. Jetzt kommt Pferde oder Amulett. Komm, gell. Komm, gell. Vom Wings zweimal vier, ey. Ist doch nicht die Welt, Mann. Ja Leute, nach den Spielen mache ich auch mal den ersten Part zu hier. Vergiss das Abonnieren nicht und vor allen Dingen, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Ja, liken, kommentieren, könnt ihr alles machen. Knallt eure Spielewünsche unten in die Kommentare, ich versuche da immer nachzukommen. Ist natürlich nicht immer direkt möglich, aber mit bisschen Geduld kommen die schon. Ja, sauber, sehr gut geschmissen, ehrlich zu sagen. Wie ein Vollbild. Viel Spaß mit dem Video Leute, haut rein Mann. Warte mal, kann man hier rote Leiter drücken? Ne, das hat sich noch 160 geknallt, haut rein Mann.